Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, um anderen zu helfen, um Gutes zu tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Alltagshelden. Susanne Müller ist eine von diesen guten Seelen. Die Bremerhavenerin brennt für ihr Ehrenamt. Ich bin hier von der privaten Igelrettung Bremerhaven-Kuxland und rette viele Igel. Weil die Igel bedrohte Art sind, inzwischen auf der roten Liste stehen und ganz viel Hilfe brauchen. Das macht mir großen Spaß, den Kleinen zu helfen. Man rettet viele kleine Leben. Jetzt sucht die Nordsee-Zeitung Mitmenschen wie Müller. Alltagshelden, die den Laden am Laufen halten. Leidenschaftlich und ehrenamtlich. Sie kennen solche Mitmenschen? Dann melden Sie sich bei alltagshelden.at nordseezeitung.de Untertitelung des ZDF, 2020